Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Varaya von Varaya Locktaper und ich habe vor, ein neues Buch von meiner Oma zu machen. Das wird ein ganz besonderes Drunk-Genial, schon ein bisschen. Das wird nämlich ein Buch mit Fragen des Lebens. Und wie könnte es besser sein? Ich habe ein Buch gefunden, was ich dafür nutzen konnte. So, wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, das wird höchste Zeit. Da kommt immer wieder was Spannendes. Und ja, auch diese Serie wird bestimmt spannend. Ich weiß noch gar nicht, wie sie ausgeht. Ansonsten freue ich mich über Kommentare, Likes und Diskussionen. Da bin ich immer gerne dabei. So, und jetzt ab in die Bütt. Ich möchte für meine Oma, die nächste Woche Geburtstag hat, dieses Buch, dieses Orted Book dann, zu einem Buch des Lebens machen. Deswegen habe ich mir dieses Cover ausgesucht. Das soll nicht unbedingt so bleiben. Ich habe schon Löcher gemacht für zwei Signaturen. Das heißt also mindestens dieser Teil, mindestens dieser Teil des Covers, die würde ich sehr gerne erhalten. Gegebenenfalls auch Teile hier vom, ja, von dem restlichen Cover. Ich muss noch mal gucken, dass die ein bisschen old ist. Aber schau mal. Ähm, genau. So, was habe ich hier schon vorbereitet? Das ist nämlich übrigens ein altes Schulbuch meiner Mutter. Ich habe hier schon ein Inlay vorbereitet. Ähm, also einmal möchte ich das hier in die Cover kleben. Ich habe nämlich das, ach, jetzt muss ich ja umsortieren. Jetzt habe ich alles so schön drapiert. Ich sortiere um. Ähm, Gardens and Flowers habe ich mir geschnappt. Oder wie heißt das Ding richtig? Garten. Von Stemperia. Und zwar der große, der große Papier. Habe auch schon ein bisschen was gemacht. Das zeige ich euch gleich. Unter anderem habe ich diese beiden Papiere hier rausgeschnitten, um das Cover von innen schon mal ein bisschen anzuhübschen. Also meine Oma ist total der Garten-Fan. Die hat einen super schönen Garten. Tolle Blumen. Hat, ähm, ja auch immer was zu wuseln dort. Und ich finde einfach dieses Papier wirklich total schön. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, das mit als Grundlage zu nehmen. So, vorbereitet habe ich auch die beiden Signaturen. Ihr habt schon gesehen. Ähm, die kann man hier so reinpacken. Ne, die werden dann später eingebunden. Ich mache das da tatsächlich immer so. Und jetzt kann ich wirklich immer sagen, weil das ist jetzt nicht das erste, sondern das liebste Journal-Buch, was ich mache. Ähm, ich mache das tatsächlich immer so, dass ich die Signaturen zusammensuche. Sag mal, vorab einmal binde. Und dann später, wenn das Cover fertig ist und die Signaturen fertig sind, beides zusammen packe. Seitdem, ich habe natürlich eine verdeckte, ähm, verdecktes, ähm, Bindung. Verdecktes Bindung, genau. Ihr versteht mich schon. Es sei denn, ich habe eine verdeckte Bindung. In dem Fall, ähm, mache ich das tatsächlich so, dass ich die beiden Signaturen auf die, sag mal, auf den Innenteil der Bindung drauf packe. Und dann auch so spät wie möglich einbinde, weil ich bin einfach eine kleine Pottsau manchmal. Und bin am Rum, keine Ahnung, Klecksen schmieren, was auch immer. Jutta von Funkelkram würde jetzt Wurzeln sagen. Ähm, dementsprechend mache ich jede Signatur für sich. Vögel danach ins Buch. Ähm, aber auch erst mit einem fertigen Cover. So, was haben wir denn hier gemacht? Also jetzt einmal kurz im Schnelldurchlauf durchgeblättert, weil in diesem Video möchte ich euch einmal das Material zeigen und ein bisschen, ja, vielleicht auch schon beginnen. Ich muss ein bisschen auf die Zeit schauen, dass das nicht wieder so ein Monster-Video wird. Und wahrscheinlich sind hier auch wenig Punkte drin, wo ich tatsächlich mal so einen Zeitraffer-Abschnitt machen kann. Also ich habe hier diverses Gedöns. Also einmal hier so ein schönes, festes Papier, ähm, bisschen Kaffee-Gemansche, super schönes Papier, ähm, von Luisa Heinzel. Das ist hier so ein Digi-Paper. Das habe ich mir auf, ähm, ja, matt Papier drucken lassen, 130 Gramm. Äh, super toll geworden. Ein paar Schulseiten dürfen nicht fehlen. Hier wieder so ein festeres Papier. Das ist ein T-Dite-Lon. Hier haben wir, ja, so ein Wüttenpapier mit, ähm, Durchschlag, wie heißt denn das Zeug hier? Also, ne? Mit Wasserzeichen. Ein bisschen Wellen. Zweite Seite von dem Luisa Heinzel-Papier. Das ist, äh, aus dem Fallen Law. Da habe ich schon diverse Bücher immer hier und da mit bestückt. Immer so ein, zwei Papiere rein. Die sind total schön. Genau. Hier T-Dite und ja noch so ein etwas dünneres Hosannes. Das ist echt nur eine Grundlage, weil hier liegt noch ganz viel rum. Ihr seht's ja. Ähm, in der zweiten Signatur habe ich auch wieder dieses feste Papier, Schulpapier, Tortenspitze. Ähm, wieder eine schöne Luisa Heinzel-Seite von dem Fallen Law. Und das habe ich hier auch irgendwie so etwas festeres. Habe ich auch gefärbt. Ähm, Vokabelheft-Papier. Das macht sich natürlich total schön, wenn man hier einfach irgendwie zwei Fragen reinpackt und dann guckt, dass man diese Fragen reinpackt hat. So. Das hier ist festes, ähm, Briefpapier. Das müsste auch mindestens 130 Gramm haben. Ja, wieder hier sind Bütten. Tee gefärbt. Ja, herrlich. Hier haben wir schon Linien drin. Das ist erstmal die Vorbereitung, ähm, für das Buch als solches. Ich lege das mal ein bisschen zur Seite, dann kann ich euch nämlich viel besser zeigen. Zur Seite ist gut bei diesem ganzen lustigen Plastelchaos hier. Was habe ich noch vor? Genau. Das nehme ich jetzt hier einfach mal als Grundlage. So, der Dreh- und Angelpunkt des ganzen Buches sind diese Fragen. Ich habe die in drei Kategorien hier aufgeteilt. Und zwar kurze Fragen, mittlere Fragen, lange Fragen. Und das hat nichts mit dem Text der Fragen zu tun. Ne, das hat mit dem, mit der Länge der Antworten zu tun. Ne, wenn ich hier frage zum Beispiel, in welcher Situation in deinem Leben hast du so richtig Glück gehabt? Das ist wahrscheinlich nicht mit, ähm, einem oder zwei Worten, ähm, getan. Dementsprechend müssen diese Fragen ein bisschen Platz haben. Also, diese Fragen so ein bisschen. Ich ziehe mal einfach mitten, mitten raus. Äh, welcher deiner Freunde hat dich am meisten geprägt? Das kann eine recht kurze Antwort werden. Vielleicht auch ein, zwei Sätze. Und hier die nachliegende Frage, die ganz oben liegt. Erscheinst du normalerweise eher zu früh oder zu spät? Das ist eine kurze Antwort. Das heißt, da reicht wahrscheinlich auch irgendwie so ein kleines Abschnittchen. Deswegen habe ich die hier aufgeteilt. Es sind insgesamt 160 Fragen. Ich habe sie gezählt. Ich habe sie auch alle ausgedruckt und eben mühevoll ausgerissen. Diesen, sag ich mal, Salmon habe ich euch jetzt erspart. Ich habe sie noch nicht irgendwie distressed, weil ich sie ja auf verschiedene Seiten bringe und sie wahrscheinlich verschiedene Seiten, ähm, verschiedene Farben auf den Seiten bekommen. An distressed. Vielleicht auch sprühe ich sie an. Ich muss mal gucken, was so passiert. Ich habe ja noch ein paar Tage Zeit, so sieben Stunden. Ja, so, also Dreh- und Angelpunkt. Meine Fragen. Ich habe diese Fragen übrigens aus dem Internet gefischt, aus meinem eigenen Kopf gefischt und von Freunden abgefischt, die ich einfach gefragt habe. Mensch, was würdest du denn eine Person, die du gerne magst, ähm, mal fragen? Und sie darf da einfach ein bisschen drüber nachdenken und dann das, ähm, was sie dir erzählen möchte oder was sie sich selber erzählen möchte. Das geht ja gar nicht um mich, das geht ja um meine Oma, die dann hier, ähm, diese Fragen, ja, liest und sich Gedanken machen kann und dazu was schreiben kann. Oder vielleicht schreiben wir auch was zusammen. Das wird sich alles zeigen. Ähm, auf jeden Fall habe ich auch Freunde gefragt hier, was würdet ihr denn jemanden fragen, ähm, um ihn zum Nachdenken anzuregen oder auch vielleicht was von sich preiszugeben. Ja, und so sind diese 160 Fragen entstanden. Ich dachte erst so, ja, Mensch, 50 Fragen, das wäre schon cool, wenn man das erwischt. Äh, ja, da weit gefehlt ist es einiges zusammengekommen. So, mein Video läuft noch, also wann immer ihr es quietschen hört, dann bin ich wahrscheinlich mal kurz aufgestanden oder habe ich mich lang gemacht, ähm, um einmal zu schauen, weil ich habe es nämlich noch nicht hinbekommen, meine, äh, meine Kamera, die da ist, auf dem Bildschirm, der da ist, äh, zu übertragen. Ich, äh, kriege das auch noch ein. Zurück zum Material. Was möchte ich denn gerne hier alles drin verbasteln? Also einmal natürlich dieses wunderschöne Papier. Ähm, ihr habt ja gesehen, in dem, in den Signaturen habe ich erstmal nur wirklich ziemlich einfache Seiten, bis auf das Papier von, von Luise, ähm, habe ich ziemlich einfache Seiten reingepackt. Und ich stelle mir vor, dass ich so kleine Ausklappsachen, kleine Taschen, ähm, ja, vielleicht auch was zum Ausziehen oder ähnliches habe. Und dafür möchte ich gerne dieses Papier nutzen. So, dann gibt es bestimmt auch Fragen, die hier in so kleine Umschläge reingehen. Diese kleinen Umschläge würde ich, ja, auch irgendwie so an Seiten kleben, ähm, kleben, dass man sie so aufklappen kann. Da habe ich auch was vorbereitet. Das Schöne ist, ich konnte jetzt hier in dem, in der Vorbereitung dieses Videos und dieses Journals, konnte ich, ähm, aus dem Vollen schöpfen, weil wann immer mir irgendwas gefehlt hat, wie zum Beispiel Umschläge, habe ich tatsächlich hier so ein ganzes Arsenal gemacht und mir jetzt einfach mal vier verschiedene aus meinem kleinen oder mittelgroßen Fundus ausgesucht. Die möchte ich gerne verbasteln. Das heißt, da kommt dann irgendwie ein Kärtchen rein oder Papierchen rein mit einer Frage und natürlich auch Platz zum Schreiben für eine Antwort. So, dann habe ich hier mal, sagen wir mal, vorbereitet oder Spielkarten. Dann würde ich die Rückseiten gerne genauso benutzen, wie sie sind. Und hier drauf dann, sagen wir mal, ein bisschen Platz zum Schreiben. Auf die Seiten würde ich die Fragen stellen und auf die Seiten würde ich dann die, ähm, Antwortlinien machen. Also, wenn ich mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plodern darf. Ich habe hier öfter mal so ein Linienpapier einfach, ups, selbst gemacht. Im Sinne von, ich habe einen Stift genommen und Linien gezogen. Ich habe Acrylfarbe genommen und rumgekleckst. Ich habe Stempel genommen und habe da rumgestempelt. Schöne, linierte Sachen drauf entstanden. Und wenn man die dann einfach so hier drauf klebt, dann hat man einfach eine Karte mit liniertem Papier. Das ist jetzt nicht so das Hexenwerk, aber die habe ich mir ausgesucht. Die möchten hier in diesem Journal wohnen. Ich finde das auch schön, es ist grün, es ist gar, passt. So, dann habe ich hier schon mal vorbereitete Text. Die haben schon diese Linien. Einzig ist, ich muss hier nochmal nachpiksen. Also diese Tags haben schon die Linien. Momentan sind sie hinten rot. Ich weiß nicht, wer erkennt das? Woher kommt das? Ja, das waren alte Cover von Notizbüchern. Diese Cover habe ich auseinander geschnipselt. Habe daraus Tags gemacht. Mein Eckenstands ist hier ein bisschen an seine Grenzen gegangen, aber es hat auch funktioniert. Auf jeden Fall stelle ich mir vor, dass ich hier vielleicht was aus dem Gartenpapier oder irgendwas drauf packe. Die Frage. Und dann hinten ein bisschen Platz für die Antwort. Sollte nicht die längste der Fragen sein, weil sonst könnte das ein bisschen knapp werden. Also auch schon zum Teil vorbereitet. Dann komme ich hier rüber. Dann habe ich auch vorbereitet schon mal zwei Karten. Also ich habe ganz viele Karten vorbereitet, aber die beiden habe ich mir ausgesucht. Weil ich finde einfach, dass sie so superschön passen. Einerseits, weil meine Oma Blumen liebt. Andererseits, weil sie supergut nähen kann. Deswegen, Knöpfe sind auch mal schön. Ja und auch hier, ihr seht, wir haben schon Linien. Wir haben einen kleinen Stempel. Der ist schon vorbereitet. Und es ist auch ein bisschen Platz. Also mindestens die mittleren Fragen können auch auf diesen Karten wohnen. Das heißt, eigentlich sind die hier schon so weit, dass ich da gar nicht mehr groß was mitmachen muss. Den lege ich jetzt mal auf meine andere Seite. Jetzt habe ich hier auch noch was vorbereitet. Und zwar einmal so kleine Mini-Tags, aber ohne Schnipsel, also ohne Band. Die ist hier gerade so ein kleines Sportflugzeug lang. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt. Die habe ich aus einem Masterboard gemacht. Beziehungsweise ich habe diese Karten genommen. Das waren alte Spielkarten. Also das Ding hier zum Beispiel auch. Alte Quartettkarten oder so ein Kram. Habe ich genommen und habe die auf der einen Seite hier mit servierten Technik bearbeitet. Hier auf eine Buchseite gepackt. Hier habe ich auch ein liniertes Papier dahinter gesetzt. Und die Dinger hier, die habe ich auf ein Masterboard geklebt. Und das also einfach blind und habe dann das Masterboard auseinander geschnipselt. Und deswegen, die sind auch so gut wie fertig, brauchen wir noch eine Frage. Hier seht ihr zwei schöne Kärtchen von der Luise. Also die habe ich dann auf ein Linienboard geklebt. Das ist kein richtiges Masterboard, aber ich habe halt mit Linien und ja, hier altem Papier, also altdeutsche Schrift und Noten und so weiter, ein bisschen rumgehext und rumgekleckst. Und von dem Papier habe ich das einfach schub rüber geholt. Also auch wieder Platz für mindestens meine mittelgroße Frage. Hier ist auch so ein Digi-Paper-Gedöns. Und ja, da haben wir auch ein paar Linien. Das wäre wahrscheinlich eher was für eine kurze Frage. Das heißt, hier haben wir schon was echtes Schickes vorbereitet. Hier habe ich noch so ein Kästchen drin stehen, damit ich gleich meine Kleinigkeiten da parken kann. So, jetzt habe ich hier noch ein bisschen was vorbereitet. Und wenn ihr auf die Idee kommt, ihr wollt irgendwas, was ich hier gemacht habe, schon im Vorfeld, gerne mal als Tutorial sehen oder als, keine Ahnung, Craft with me oder so, dann müsst ihr mir das mal schreiben. Und dann gucke ich, was ich machen kann. Gut, hier habe ich hier so ein bisschen geprägtes Papier. Das ist, glaube ich, jetzt nicht so spannend. Genauso wie hier. Das würde ich gerne benutzen, einbauen. Hier haben wir noch so ein Paper-Doily und auch kleine Vokabeltrainer-Kärtchen. Die eignen sich natürlich auch immer schön, um eine Frage einfach mal so irgendwo einzuschieben und dann auch zu beantworten. Meine Oma kann tatsächlich noch recht klein schreiben. Ich hoffe, dass das wunderbar funktioniert. Achso, wer sich fragt, wie alt meine Oma wird, sie wird jetzt 93 und ist fit und fröhlich. Und ich habe von meiner Oma ganz viel basteln gelernt. Ganz viel. Also basteln, malen. Und ich habe vor allen Dingen gelernt, nicht den Kopf in den Sand stecken, wenn mal was nicht läuft. Es gibt immer mal was, was nicht läuft. Und deswegen bin ich da echt entspannt mit, schon immer als Kind gewesen. Also im Sinne von, ich muss das jetzt schaffen, einen Wutanfall. Ja, bestimmt habe ich Wutanfälle bekommen. Nur nicht so, dass man sich irgendwie Sorgen machen müsste. Deswegen, oh Gott, wenn irgendwas nicht klappt, streue Glitzer drauf, klebe irgendwas drüber. Funktioniert schon. Die beiden Sachen hätte ich auch von einer anderen Bastelaktion übrig. Ich glaube, die habe ich auch gefilmt, das blaue Buch. Auf jeden Fall könnte man daraus auch hübsche Ecken machen, wo man dann Karte hinter steckt, Text versteckt oder ähnliches. Die habe ich mir ja auch schon mal beiseite gelegt. Und dazu schon so ein bisschen vorliniertes Papier. Da habe ich mal aus einem Notizbuch was rausgerissen. Also das Notizbuch habe ich entsorgt. Das war so ein olles so eine Arbeit. Aber die Papierqualität ist super. Also olle im Sinne von, ich habe da drum gefrohr, nicht besonders super Information. Auf jeden Fall sind die Dinger hier übrig. Die drei Seiten haben eine schöne, angenehme Papierqualität und eignen sich bestimmt dazu, hier so kleine Ausklappseiten oder irgendwas zu machen. Wenn man mal ein bisschen Platz zum Schreiben für die Fragen nimmt, dann braucht man beziehungsweise für die Antwort. Also deswegen, hier ist auch eher so vorbereitetes Material, so ganz am Rande vorbereitet. So, ich habe hier Genko-Blätter, genau, die wollte ich auch noch auf dem Cover einbauen. Gut, dass ich sie jetzt sehe. Ich habe hier, habe ich bei Glücksknoten gefunden. Hier diese super coole Faltkarte. Da muss auf jeden Fall eine coole Frage mit einer kurzen Antwort rein. Also ja oder nein Antwort wäre vielleicht ganz cool. So. Achso, hier habe ich aber noch etwas kleines Süßes. Das wollte ich auch noch verworren. Genau, also die darf auf jeden Fall in dem Journal wohnen. Dann habe ich diese Karte hier. Da habe ich sie natürlich im Kopf halten. Sehr schön. Also da seht ihr, ich habe schon von dem Papier genommen und habe hier... Also das werde ich dann auch so irgendwie aufkleben. Hier unten eine Antwortmöglichkeit und hier die Frage drauf oder die Frage nach oben antwortieren, weil eigentlich finde ich diese Bilder so schön. Ich möchte da gar nicht großartig was drüber kleben. So, ich sehe gerade sie. Da habe ich sie ein bisschen verworfen. Also ich werde sie noch mal pressen, bevor das dann ins Buch geht. So, die beiden Sachen vorbereitet. Ach, das hat ja auch so viel Spaß gemacht. Diese kleine, süße Karte. Und da... Ups. Die muss ich dann so reinpacken, dass sie wahrscheinlich nach oben und unten rausgeht. Also dass ich sie hochkant reinsetze. Und da dann einfach wirklich... Frage, Frage, Frage. Und daneben Platz zum Schreiben. Also so ein Dreifach-Dinges. Mal gucken, so groß ist das Buch rein. Aber die möchte auf jeden Fall da drin wohnen, abgesehen davon, wie das Blumenpapier ist das. So, ey. So, und dann habe ich noch was. Hier diese Dreifach-Karte. Also eigentlich, die müssen so rum drin sein. Und die muss ich drehen. Also die muss ich mit einem kleinen Pin festsetzen. Auch am besten in der Mitte von der Seite. Deine Frage hin. Deine Frage hin. Und oben und unten. Platz für Antworten. Ja. So. Das erstmal zum Material. Das habe ich vorbereitet. Und möchte dann gleich mal anfangen. Also da juckt es mir jetzt mal so tierisch in den Fingern. Hier irgendwie direkt durch zu starten. Ich räume jetzt meinen Schreibtisch auf. Im Sinne von, wir können halt wirklich mit anfangen. Und dann werde ich mit euch im nächsten Video direkt in die Arbeit starten. So. Aufräumen. Sortieren. Beginnen. Ne? So macht man das im Bastel. In der Bastelwelt. Schaffe, schaffe. Nicht Häuslebauer, sondern Büchleinbauer. Aber ich habe, wie ihr hört, spreche jetzt mich Hochdeutsch. Mir fallen Dialekte manchmal schwer. Ich kann sie verstehen, aber ich kann sie nicht anwenden. Von daher vergesst es einfach. Sowas von Dialektlos. Ja. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Ich hoffe, es war kurzweilig, hier mit mir in die Materialien einzusteigen. Und freue mich natürlich drauf, euch wiederzusehen bei den nächsten Videos. Ich freue mich, noch mehr Likes und Kommentare zu bekommen. Und über Diskussionen. Hey, her damit. Ich hoffe, ihr habt geile Ideen, wie ihr sowas machen würdet. Oder Ideen, wie ich sowas beim nächsten Mal machen kann. Weil ich glaube nicht, dass es das letzte Mal sein wird, dass ich so ein Buch mache. Ich glaube nicht, dass ich meiner Oma so ein zweites mache. Ich glaube, da gibt es eher noch was anderes. Da wird sie erstmal ein bisschen was zu tun haben mit 160 Fragen. Aber ich glaube schon ein paar Freunde, die gesagt haben, du, wenn du damit fertig bist, könntest du nicht auch? Ja. Ich guck mal, wie viel Spaß mir das macht. Also momentan sieht es noch nach sehr viel Spaß aus. Und ich sehe gleich, ich habe meine kleinen Klemmen unterschlagen. Die hier werde ich auch einbauen und werde Karten irgendwie an den Rand pinnen oder irgendwas damit festhalten. Ich finde, die müssen da rein. Das sind ungearbeitete Büroklammern. Ich liebe die Kinder. Vor allem macht das richtig Spaß, hier zu basteln. Vielleicht mache ich dazu auch mal so ein kleines Tutorial. Aber nicht heute. Nicht in diesem Kino. Nein. Ja. Bastelt was Schönes. Habt Spaß. Und ich sage mal, bis demnächst in diesem Kino.